Hallo und herzlich willkommen. In dieser zweiteiligen Lehrfilmreihe erklären wir dir, was das Hey-Diagramm ist und wie du die Schwingfestigkeit oder wie hier speziell erläutert die Dauerfestigkeit ablesen kannst. Insbesondere kann aus einem Hey-Diagramm die maximal ertragbare Spannungsamplitude für verschiedene Mittelspannungen bei schwingender Belastung abgelesen werden. Die Begriffe Spannungsamplitude und Mittelspannung werden wir gleich erläutern. Wenn du noch keine Vorkenntnisse über schwingende Beanspruchungen und Schwingfestigkeit besitzt, solltest du dir das Video vom Smith-Diagramm anschauen. In diesem ersten Teil der Lehrfilmreihe erläutern wir den Aufbau des Hey-Diagramms und erklären wichtige Begriffe zur Schwingfestigkeit. Das Hey-Diagramm wird neben dem Smith-Diagramm und der Wöhlerkurve genutzt, um die Dauerfestigkeit bei unterschiedlichen Mittelspannungen grafisch darzustellen. Aus diesem Grund wird das Diagramm auch als Dauerfestigkeitsschaubild bezeichnet. Die Dauerfestigkeit beschreibt die Spannungsamplitude, mit der ein Bauteil theoretisch unendlich oft schwingend belastet werden kann, ohne dass es versagt. Im Hey-Diagramm wird auf der y-Achse die Spannungsamplitude σa aufgetragen und auf der x-Achse die Mittelspannung σm. Im Spannungszeitdiagramm dargestellt, entspricht die Mittelspannung dem Mittelwert aus Ober- und Unterspannung der sinusförmigen Schwingbeanspruchung. Es gilt 0,5 mal, Klammer auf, Oberspannung plus Unterspannung, Klammer zu. Als Spannungsamplitude bezeichnet man den Ausschlag gemessen von der Mittelspannung. Es gilt 0,5 mal, Klammer auf, Oberspannung minus Unterspannung, Klammer zu. Dies entspricht genau der Hälfte des gesamten Spannungsausschlags. An der y-Achse wird zunächst die Wechselfestigkeit σw abgetragen. Die Wechselfestigkeit bezeichnet jene höchst zulässige Spannungsamplitude, welche von einem Werkstoff eben noch unbegrenzt lange Zeit ertragen werden kann, ohne dass ein Bruch erfolgt. Und zwar bei einer Mittelspannung von genau 0. Das heißt, dass die Druckspannungen genauso hoch sind wie die Zugspannungen. Ist die Mittelspannung von 0 verschieden, verschiebt sie sich also entweder in den Zugspannungs- oder Druckspannungsbereich. So spricht man nicht von Wechselfestigkeit, sondern von Dauerfestigkeit. Für genau diese Dauerfestigkeit kann aus dem Hey-Diagramm nun die zulässige Spannungsamplitude für eine gewählte Mittelspannung abgelesen werden. Denn für Mittelspannungen, die beispielsweise größer als 0 sind und damit im Zugbereich liegen, verringert sich die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude. Also, die Wechselfestigkeit σw wird an der y-Achse abgetragen. An der x-Achse wird die Zugfestigkeit rm abgetragen. Dieser, im Zugversuch ermittelte Festigkeitskennwert, beschreibt die maximale mechanische Zugspannung, die ein Werkstoff bei axialer statischer Belastung erträgt, ohne einzuschnüren oder zu brechen. Durch diese Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit verläuft die Hey-Kurve. Darunter liegen die dauernd ertragbaren Spannungsamplituden über der entsprechenden Mittelspannung. Zur Vereinfachung, damit nicht für jede Mittelspannung die Ertragungsamplitude und eine nackbare Spannungsamplitude ermittelt werden muss, wird die Hey-Kurve oft einer Geraden angenähert, der sogenannten Goodman-Geraden. Die Gerade verbindet die Wechselfestigkeit σw linear mit der Zugfestigkeit rm. Die Goodman-Gerade lässt sich mithilfe folgender empirischer Formel berechnen. Wechselfestigkeit minus Wechselfestigkeit durch Zugfestigkeit mal Mittelspannung. Umgestellt zu Wechselfestigkeit mal, Klammer auf, 1 minus Mittelspannung durch Zugfestigkeit, Klammer zu. Bei dieser einfachen Geradengleichung ist die Steigung der negative Quotient aus Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit und der Y-Achsenabschnitt entspricht der Wechselfestigkeit. Auf der Goodman-Geraden liegt dann die maximale dauerfest ertragbare Spannungsamplitude. Somit befindet sich unter der Geraden der Dauerfestigkeitsbereich. Zu beachten ist, dass die Goodman-Gerade ausschließlich für spröde Werkstoffe und Normalspannungen gilt. Für duktile Werkstoffe kann die dauernd ertragbare Spannungsamplitude für Normalspannungen durch eine Ellipse angenähert und mithilfe folgender Näherungsgleichung beschrieben werden. Wechselfestigkeit mal die Wurzel aus 1 minus Mittelspannung durch Zugfestigkeit. In einer neu entwickelten Darstellung nach Hay wurde für duktile Werkstoffe anstelle einer elliptisch verlaufenden Grenzkurve die maximal ertragbare Spannungsamplitude mithilfe von Geradenstücken experimentell angenähert. Im Nachfolgenden gehen wir zur Vereinfachung von einem spröden Werkstoff, also einer Goodman-Geraden aus. Da plastische Verformungen bei hohen Mittelspannungen unbedingt zu vermeiden sind, wird unter Umständen die sogenannte Streckgrenzengerade eingezeichnet. Zum Einzeichnen der Streckgrenzengerade wird die Streckgrenze jeweils auf der y- und auf der x-Achse markiert und diese beiden Werte dann durch eine Gerade verbunden. Die Streckgrenze Rhe ist der im Zugversuch ermittelte Werkstoffkennwert, bei dem bei Überschreitung eine irreversible plastische Formänderung auftritt. Man spricht hier vom Fliesen. Das Streckgrenzenkriterium begrenzt die zulässige Spannungsamplitude grafisch auf den elastischen Verformungsbereich. In unserem Fall fällt die Streckgrenzengerade unter die Goodman-Gerade. Der Bereich zwischen Streckgrenzen und Goodman-Gerade zählt nicht mehr mit zum Dauerfestigkeitsbereich. Somit lässt sich im Dauerfestigkeitsschaubild nach Hey zusätzlich das Versagen durch Fliesen kennzeichnen. Zusammenfassung Das Hey-Diagramm ist ein Dauerfestigkeitsschaubild. Es gibt die maximal ertragbare Spannungsamplitude in Abhängigkeit von der Mittelspannung an. Die Mittelspannung entspricht dem Mittelwert aus Ober- und Unterspannung der sinusförmigen Schwingbeanspruchung. Spannungsamplitude nennt man den Ausschlag gemessen von der Mittelspannung. Sie entspricht genau der Hälfte des gesamten Spannungsausschlags. Als Wechselfestigkeit wird die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude bei einer Mittelspannung von genau 0 bezeichnet. Die Dauerfestigkeit gibt die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude bei beliebiger Mittelspannung an. Die Spannungsamplitude Sigma-A wird auf der y-Achse und die Mittelspannung Sigma-M auf der x-Achse aufgetragen. Danach wird die Wechselfestigkeit Sigma-W auf der y-Achse und die Zugfestigkeit RM auf der x-Achse abgetragen. Zur Vereinfachung werden beide Punkte linear verbunden. Die dadurch entstandene Gerade heißt Goodman-Gerade. Unter dieser liegt der Dauerfestigkeitsbereich. Da die Oberspannung die Streckgrenze RE nicht überschreiten darf, muss die Streckgrenzen gerade eingezeichnet werden. Darunter liegt der neue Dauerfestigkeitsbereich. Jetzt weißt du, wie sich das Hey-Diagramm zusammensetzt. Aber wie wird es abgelesen? In Teil 2 werden wir diese Frage klären.